Der jüngste Finanzbericht der Schweiz zeigt einige wichtige Entwicklungen im Finanzsektor des Landes, darunter im Bereich der bilateralen Geschäftsbeziehungen mit Partnerländern wie Großbritannien. Nach dem Brexit-Votum in Großbritannien wurde der Markt mit Unsicherheit angesteckt. Insbesondere wurden künftige Handelsbeziehungen zwischen den EU- und den Nicht-EU-Mitgliedern infrage gestellt. Am letzten Donnerstag wurde im Schweizerischen Bundesrat die künftige Finanzmarktpolitik besprochen. Die schweizerische Regierung nannte das Vereinigte Königreich neben Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien unter den Ländern, die für offene Marktzugangsverträge als Priorität angesehen werden. Zum Abschluss des Berichts wurden die Ziele des Bundesrates festgelegt, unter anderem die Förderung von Schweizer Banken und Versicherern, der Abbau von Barrieren in der Finanzindustrie und die Bemühungen um bilaterale Geschäfte mit Partnerländern. Die Schweiz ist das zweitgrößte Finanzzentrum Europas nach London. 250 Banken haben in der Schweiz ihren Sitz. Die schweizerische Regierung erklärte, sie werde den Finanzsektor des Landes ausbauen. Dabei sei der reibungslose Zugang zu ausländischen Märkten für Finanzinstitute unerlässlich. Das Finanzministerium stellte fest, das Finanzzentrum Schweiz soll sich weiterhin als einer der weltführenden Standorte für die Finanztätigkeit durchsetzen und diese Rolle weiterhin ausbauen. Die Regierung legte auch die Möglichkeit eines verstärkten Marktzugangs zwischen Großbritannien und der Schweiz nach dem Brexit nahe. Ein Vorteil des Brexits ist, dass wir hoffentlich einen guten Partner außerhalb der EU mit einer ähnlichen Haltung gegenüber offenen Märkten und einer ähnlichen Regierungsphilosophie gewinnen werden. Die schweizerische Regierung brachte auch ihre Bedenken wegen der kurz- und mittelfristigen Unsicherheit zum Ausdruck, was die Banken mit Transaktionen in Großbritannien anbelangt. Obwohl die Finanzzentren der Schweiz und des Vereinigten Königreichs eng zusammenhängen, konkurrieren sie auch gegeneinander. So der Bericht, wenn Asset Management und Investment Banking gut etablierte Stärken des Finanzplatzes London sind und auch weiterhin bleiben werden, kann die Schweiz ihre starke Position im Bereich der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung ausbauen. Da die schweizerische Währung als sichere Anlage attraktiv ist, dominiert sie weiterhin ein paar britisches Pfund Schweizer Franken. Die Märkte werden die Entwicklung der Beziehungen zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich weiterhin im Auge behalten. Das war's für diese Presseschau. Bleiben Sie mit Dukas Koffe TV stets auf dem Laufenden. Auf Wiedersehen.